Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sind wieder heute Teil der Google Play Game On-Kampagne. Und mit in meinem Squad, meine Freunde. Wie könnte es anders sein? Wir sind zwei absolute Legenden. Nämlich Revi und Propa, was geht? Und Pukki ist auch mit dabei. Moin, meine Freunde. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Brawl Stars. Wir haben hier quasi gerade eine kleine Challenge-Ongäuung. Und zwar geht es bei dem Spielmodus Juwelenjagd ganz kurz für euch darum, die meisten Juwelen zu sammeln. Wer 10 Juwelen hat, meine Freunde, der ist quasi gegenüber dem Gegner-Team dominierend und muss dann 15 Sekunden aushalten. Bis dann quasi das Spiel gewonnen worden ist. Wir haben aber eine kleine Internet-Challenge mittlerweile am Laufen. Und zwar geht es darum, dass geschaut wird, wer von uns dreien am Ende des Spiels die meisten Juwelen hat. Und bis dato kann ich ja mal ganz einfach sagen, sind wir jetzt quasi im Finale angelangt. Es steht momentan 3 zu 2 zu 1. Ja, Propa hat einen Punkt. Pukki 2 und ich natürlich als einer ESL-Programmer, meine Freunde hiermit. Drei Punkte am Start. Das läuft auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das war der madste Skill, den ich hier an den Tag gewartet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Freunde, das Game macht extrem Bock. Relativ selbsterklärend. Es gibt eine Mitte, quasi eine Midlane. Top und Bottom gibt es natürlich auch. Ganz klein aufgebaut quasi. Es gibt Jungle, in dem man sich verstecken kann und so weiter und so fort. Und es hat so ein bisschen diesen, diesen, wie heißt es, was ist League nochmal für ein Spiel? Gute Frage. Wie heißt nochmal die Art davon? Ähm, ihr wisst schon, was ich meine, meine Freunde. Ich höre jetzt einfach auf zu labern, wir spielen jetzt so ohne. Let's go. Okay. Let's go, man. Roter Joystick, drückt halten und bewege uns zu ziehen. Ja, damn. Guck mal, Pukki, so kannst du nämlich zielen. Dann lernst du nämlich auch mal was. Ach, wusste ich noch gar nicht. Propa, let's go. Komm, Propa. In die Mitte, in die Mitte. Loslaufen. Sehr schön, sehr schön. Und Pukki snackt sich direkt bei den Diamanten der Ekelige, weil er hier nicht verlieren will, Alter. Das ist wieder mal absolut dreist, wie er hier vor Precht. Und er holt noch den dritten. Nein, Propa den dritten. Nee, Propa. Sehr schön. Wow. Hier links, links im Jungle, Bro. Wir müssen jetzt einfach diese Mitte dominieren, was wir ganzen Jubeln bekommen. Der ist auch toll. Hey, hör auf, dir die Diamanten am Spawn abzugreifen, du Ekliger. Hör mal auf damit. Oh Mann, da ist ne Shelly im Busch. Da ist ne Shelly im Busch. Da hat's ne Shelly im Busch. Hey, hol die mal, hol die mal. Nein. Du willst nur, dass ich sterbe. Ja, ich will. Ja, nein, ich bin gestorben. Ich war zu gierig. Ich will einfach gar nicht mal die Runde gewinnen. Ich will einfach nur die Diamanten haben. Ich hab zu fünf. Hey, lass die jetzt liegen. Bruder, das ist so dreist. Das ist einfach nur lächerlich. Acht Juwelen hab ich schon mal. Ich hab neun. Ich kämpfe mal gegen die Gegner hier. Ich bin solo. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, der holt dich jetzt. Ich hoffe, der holt dich jetzt. Propa, komm, wir bleiben jetzt hier hin. Hinter dir der Bär, hinter dir der Bär, hinter dir der Bär. Vorsichtig. Draufgegangen. Links, 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 links. Nein. Revi holt. Ja. Nein, jetzt gewinnt er schon wieder, Alter. Ja. Warte, 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 ich hol mir noch was. Ja. Ich hab's direkt, ich hab's hier. Nein. Achtet, blatt mir kommt. Ich raste aus. Ich raste aus. Das ist einfach nur, das ist einfach nur dreist hier. Was du hier schon wieder spielst. Nein. Das war's, wenn wir wieder kommen. Alter. Das war mit Abstand das dreisteste, was ich jemals in meiner ganzen Karriere als Pro-Gamer hier sehen musste. Boah, war das dreist. Propa hat ja zum Sieg mit beigetragen. Hey, Propa, du hast das komplette Ding hier durchgecarriert. Ja, ist so. Wir können froh sein, dass du dabei bist in unserem Team. Weißt du was? Wir beide sind so versetzt auf die Diamanten. Er geht immer in die Mitte, pickt die Files und holt hier jedes Heads-Up, Alter. Wirklich, das ist crazy. Einfach nur krank. Leute, das war die ekelhafteste Spielweise, die hätte ein Puke hier in den Tag legen können. Wirklich. Yo, übertreib. Ey, ganz ehrlich, Alter. Ja. Unendlich. Egal, ich mach erstmal eine neue Box auf. Juck mich nicht. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Hallo. Und Münzen. Powerpunkte. Komm, gib mir Shelly-Powerpunkte, bitte. Oh, Mann. Machen wir uns dann ready? Spielen wir noch eine Runde, Leute. Let's a go. Let's a go. Propa, du musst jetzt alle Dias. Wir töten einfach alle. Du nimmst dir die Diamanten. Und so läuft das ganze Spiel ab. So, Propa, hier. Da sind drei Stück. Oh, ich hab ihn genommen. Propa, bleib hinten. Bleib am besten hin. Aber er braucht ja acht. So, ich bin jetzt unsichtbar. Ich sneak mich jetzt vorbei an allen. Alter, Shelly vs. Shelly gerade in der Mitte gewesen. Damn. Jetzt geht's ab. Leute. Wie kommt denn da? Okay, Leute, die Runde läuft hier gar nicht an der Stelle hier gerade. Leute, es ist einfach echt ein action-geladenes Game. Es macht krank, Bob. Kann man nicht anders sagen. Die Shelly da oben, die könnten wir vielleicht holen. Ey, das Game sieht gleich schon aus. Die haben ja schon gewonnen fast. Ich hab Shelly geholt. Ich hab Shelly geholt. Nice, nice, nice. Egal, die haben trotzdem genug Juwelen. Nein, komm schon. Und Propa holt sich die Punkte. Propa, lol, 2. Was zum Teufel. Ja, moin, Alter. Ja, moin, Digga. Propa, extrem stark gespielt. Kann man nicht anders sagen. Es steht 2 zu 3 zu 3, Leute. 2 zu 3 zu 3. Ey, wenn Propa jetzt noch einen Punkt holt, das ist nämlich jetzt die letzte Runde. In der Runde entscheidet sich jetzt, meine Freunde, wer das Ding jetzt holt. Propa könnt jetzt zum Ausdurchschießen oder Pucki und ich können das Ding jetzt hier eintüten. Eine Runde noch, würde ich sagen. Ja, oder auch nicht. Propa, du kannst das Ding jetzt noch holen. Wie viel muss ich dann sammeln? Alle. Einfach alle. Propa, hol dir alle Juwelen, wirklich, Mann. Ihr klaut sie mir ja alle. Nee, 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 nee. Wir klauen die hier gar nicht. Revi hat schon mal 2. Propa, nicht sterben. Nein, nein, nein. Warte, hier im Busch ist schon wieder was. Ja, ja, Propa ist gestorben. Digga, haut er da einfach seine Ulti raus. Wieso hat er schon eine Ulti? Wie viel Schaden hat er vorher schon gemacht, bitte? Das ist eine gute Frage. Ich habe meinen aber auch gerade schon. Und den holen wir, easy. Hab ich. Hier, El Primo, den könnten wir auch holen. Kriegen wir auch, kriegen wir auch. Ja, safe. Ich glaube, ja, haben wir. Oh, fast. Stark, stark, stark. Propa, hol dir den noch. Hier ist noch einer. Ein Diamant. Zack. Boah, Alter, ich kriege so viel Schaden. Propa, raus da. Nein, Propa ist nicht wieder gestorben. Ich bin da mit. Catch mir kurz in die Juwelen. Propa hat 0. Ja, ja, 15, 15. Hat noch kein Leben mehr. Schlechte Runde. Okay, ich habe 8 Juwelen, Jungs. Also, ich weiß nicht. Also, Leute, versteht mich nicht falsch. Aber, Puki, also, ne? Ja. Ich könnte es jetzt hier dicht machen, den Sack. Aber ich glaube, ich opfer mich in der Mitte damit, Propa die Juwelen bekommt. Nee, nee, nee. Linke Seite, kämpft wieder einer. Propa kommt zu uns. Der Primo ist fast tot. Ey, das gibt es auch nicht. Der überlebt schon wieder mit 500 HP oder so. Okay, Puki, wir machen den Sack jetzt hier zu. Komm, wir holen uns jetzt. Egal, wie es jetzt ausgeht. Wir spielen jetzt hier um die Ära, Alter. Es geht jetzt um alles. Es geht jetzt um alles oder nichts. Nice. Der Propa, der läuft hier auf der Seite. Komm, 8 zu 9. 8 zu 9. Das ist stark. Ja, wir holen den. Wir holen den. Ich habe ihn. Nice. Hast du meinen Snipe gesehen? Komm, Propa, hol dir die Juwelen. Ah, ich verbrenne. Let's go. Oh, 4,50 HP. 4,50 HP. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Du musst unbedingt überleben. Sonst haben wir, glaube ich, sehr hart verkackt. Ich bin tot. Was? Nein, die haben mehr, die haben mehr als wir. Die haben mehr als wir. Jetzt holen wir noch einen in der Mitte. Die haben einen, die haben einen, die haben einen mehr. Wir haben wieder ohne 10. Ich habe 10, ich habe 10, ich habe 10. Oh mein Gott, was für ein spannendes Game hier an der Stelle. Alter Schwede. Nein, wir haben schon wieder einen mehr. Okay, wir müssen jetzt nochmal Kräfte sammen und alle in die Mitte. Diese Brandbomben, du musst richtig aufpassen. Die machen so viel Schaden. Ich habe einen. Hol dir den anderen noch. Hol dir den anderen noch. Wir drehen das ganze Game nochmal. Wir drehen das ganze Game nochmal. Nein, nein. Der ist rechts auf der Seite, Redi. Den holst du. Der hat 80 HP oder so. Ich glaube, ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe ihn nicht bekommen. Nein. Okay, warte mal. Ich probiere es nochmal. Ich gehe nochmal vor. Ich habe 10. Ich habe 10 Juwelen. Ich kann nicht nochmal reinholen. Das war es. Nein, ich hätte jetzt snipen müssen. Schade, dass der eine war die ganze Zeit in den Brust hier links. Damn, Alter. Ja, an der Stelle jetzt. Womit hast du gewonnen, ne? Ich habe, Leute, ich habe gewonnen. Pro-Gamer-Pupi. Äh, Pupi, Alter. Gegen den Pro-Gamer-Pupi. Und gegen Pro-Gamer-Propa, Leute. Ey, ganz ehrlich. Ich muss wirklich sagen, das Game macht extrem viel Spaß. Wirklich. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, an League. Ich weiß nicht genau, warum. Weil es halt diesen MOBA-Aufbau hat. MOBA ist es, meine Freunde. Das wollte ich eben sagen. Extrem nice. Wie gesagt, man kann sich hier noch verschiedene Sachen koppen und sowas, wenn man möchte. Wenn ihr mehr zu dem Spiel wissen wollt, meine Freunde. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und natürlich auch die Videos der anderen. Bei Propa und bei Pupi gibt es nämlich auch noch ein Video zu sehen. Mit extrem knappen Duellen, Leute. Da gab es auf jeden Fall wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns dreien. Kann ich euch nur empfehlen. Checkt die drei in der Beschreibung ab. Wie gesagt, wenn ihr mehr zu Google Game On Kampagne wissen wollt, sämtliche Links auch zu dem Spiel sind in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für Google, für Sponsoren dieses Videos. Und ich küsse eure Augen, meine Freunde. Macht's gut. Haut da rein. Schaut bei den anderen vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.